. 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 hat einen rucksack an was er hat einen rucksack an wo ist er rucksäckle da links der enjoy der hat einen rucksack an er will auch rucksäckle der hat flügel und einen rucksack an scheiß bonzer dreckiger bonzer ich will auch einen rucksack wo ist der rucksack ich bin tim hi das ist tim herzlich willkommen wir spielen leute keine ahnung auf jeden fall haben wir später noch ein thema anzusprechen dann seht ihr es wahrscheinlich noch im titel bis gleich so herzlich willkommen wir sind in der runde mit tim jo was geht ab heute wie gesagt ein langes also seit lange wieder ohne alpha und it weil die beide können einfach nicht die haben leider zu tun also ich stehe mit dabei guten tag tim guten tag schaut bei tim vorbei guten tag auf jeden fall spreche ich gleich noch ein thema an ich bin wie gesagt mega schlecht ich konnte die ganze woche keinen mc spielen könnt es vielleicht geht nach der woche wieder an den pc spielt mc und dann ist es einfach so keine ahnung einfach so gefühlt ich kann einfach gar nichts mehr ich kann wirklich einfach wirklich so viel der spaß der spaß beim minecraft spielen aber trotzdem ist es nicht so klasse wenn man die ganze zeit nicht so keine ahnung spielt du bist der zweite gewinner der zweite gewinner auf jeden fall könnte ich die ganze woche kein minecraft spielen könnte deswegen auch nicht aufnehmen warte lass dir mal klatschen den da oben der ist da oben drin der ist da oben drin dann nachher kurz angezündet warte warte lass dich kurz klatschen achte der andere kommt die brennen doch aus oder wenn ihr von hinten kommen macht es die dm dm ok zu gebaut der wichser ich weiß gerade gar nicht was ich mache gerade warte 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 muss da irgendwas machen wegen denen ach so ja jetzt sind sie ja ja mach 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 die baut sich ja wohl wieder hoch ne tinte mach das ey wenn das klappt ich werde so feiern warte ja du hast es komplett aufgesprengt warte ey die haben sich wieder zu gebaut ne in mein secret da unten ist ein secret haben die sich da reingebaut ja hä wo hocken die jetzt da unten warte chill chill hä wo genau da rechts ist einer lol die sind ganz am ende von meinem secret von meinen hab ich gedacht das ist dein team der secret vom team danke ja wo jetzt genau hinter dir alter meine stimme what the fuck oh god ja dort hat der kassiert wie Nicole DAAAMN RENN der sei tot der sei gut wie tot der sei tot der ist tot der ist tot hol ihn dir HOLLIEN DIE HALLELULIA HALLELUIA als ob der einfach so scheiße war zum Schluss ich pass mich an dieses Geschrei an Jungs machen sie es 10.000 likes dafür 10.000 likes dafür auf jeden Fall und zwar das Thema was ich anspreche ich habe da schon mal wirklich ein video dazu gemacht das ist aber schon ein bisschen her und es wird immer wieder wirklich ich verstehe es rechtlich ich habe video dazu gemacht seitdem über 20 aufrufe oder so bauen sie rüber please weil ich bin dazu gerade zu behindert jeden fall habe dazu schon video gemacht also zu dem video mein real life in oder mein intro real life und zwar dass ich das nicht bin es war immer wieder leute jedes mal alter bist du ein jahr da bist du behindert ohne scheiß ich bin es wirklich nicht aus der welchen trampolin bekommen ich wollte mein fahrrad haben ja immer noch kein so als ob ich mit dabei aber kein gescheites mann er das mal klatschen der ist im haus ne der rechts neben dran rechts neben dran ach so stimmt ja ich bin weg ich bin sowas von ich bin auch gleich gut ne ein herz auf jeden fall wollte ich halt nur sagen dass ich das in dem video hat wie ich bin oder so weil das immer wieder leute fragen wie alt bist du eigentlich und so und ich kann das euch sagen ich bin 17 auf jeden fall bin es wirklich nicht in dem video ich weiß ich bin jetzt auch nicht so der größte oder so ich bin jetzt 173 glaube ich scheiß kitty auf jeden fall ist es aber das bin ich halt wirklich nicht und ich verstehe es immer noch nicht das video mein intro in real life ist einfach mein beliebtes video auf meinem kanal ich verstehe es nicht ich habe in dem video ich habe das hier einfach im prinzip gereuploadet von den leuten also die das gemacht haben sind auch in der beschreibung ich habe das einfach gereuploadet und das ist einfach mein beliebtes video und ich verstehe einfach nicht warum das video hat mittlerweile über 180k aufrufe und ich verstehe es echt nicht warte 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 ich verstehe echt nicht warum das über 180k aufrufe hat mittlerweile kann aber ich kann es halt voll nicht nachvollziehen warum hätte wo bist du halt ich bin rechts ich bin in der mitte du bist komplett in der mitte oder wo bist du ich baue mich gerade hin hä da bist du ich glaube ich bin in die mitte gebracht achter papp pass auf der typ hat schneebälle klasse kerl cooler typ ein klasse kerl ist es äh dicker da hinten ist dass man den einen typ da klatschen beim dächle beim dächle wurfendächle ach du owe pass auf dem balkon ist noch einer ne ja da bin ich ja Der Beats ist da, der Beats Pikachu Mann kaputt Nice Oh Gott Alter, fuck Hör mal, ich hab doch meinen Fire Resistance Drang drin Tipp, ich muss dich lösen, bitte, bitte Löss mich, hinter dir Also, wir kommen dann nächstes Runder Auf jeden Fall, werde ich auch noch Also, ihr könnt doch, wie gesagt, auf Instagram nachgucken Da seht ihr noch ein Bild, das ist jetzt vor einem Jahr oder so gewesen Ich sehe jetzt mich wirklich ultra krass Anders aus habe ich Wert noch, auf jeden Fall Also, ein aktuelles Bild von mir posten Ich bin halt nicht so der Insta-aktive Mensch Und so, der so aktiv so Selfie Ich hasse es einfach total von mir selber, so Bilder Zu machen, mit meinem Face drauf Und was das ist, was alles, wie gesagt, ich bin einfach nicht so der Mensch Dafür, gefällt mir einfach nicht so und Ähm, wie gesagt, ihr könnt Einfach mal bei meinem Insta mal nachschauen, da hab ich schon Ein Bild, aber ich werde halt vor der Gamescom noch ein Bild posten Die Gamescom ist ja jetzt auch bald dazu, kommt ja noch ein extra Video bald Aber ich muss jetzt erst einen Moment Noch was machen und danach kommt, da hab ich so Zeit dafür, das alles zu machen Und wir schleichen uns ganz kurz vor an den Typen an, der blickt gar nix Der sieht uns nicht, der sieht uns nicht, der sieht uns nicht, der sieht uns nicht Warte Ja, wo bist du? Was zum Typen? Warte, er hat mich gesehen, er hat mich gesehen Er ist tot Ich hab ihn sogar noch bekommen Tim, bist du das? Nein, das bist du ja gar nicht Ich hab gerade alle einen Geist getötet, Mann Ich dachte, das bist du, ne? Hä, das warst du halt einfach gar nicht Zwei, zwei Herzen, Mama Wo bist du, wo bist du? Tim, Tim, Tim Oh mein Gott Ja, Mann, hab gestoppt mit Geist Kit Ich liebe dieses Kit Ich liebe einfach nur dieses Kit Ich will mal was essen gehen, Alter Zwei Herzen in the dream Hab ich noch einen mit dem Geist Kit? Ich feier dieses Kit so Es ist einfach so geil Ich hab auch einen getötet Ich hab so vier Kills damit, Mann Ich feier dieses Kit Ich liebe es einfach Es ist einfach unfair, aber ich liebe es einfach Fresh, Mann Fresh and nice, das Kit Ey, der Typ darf mich nicht sehen Warte Keine Ahnung, als ob die sich jetzt in dein Co-App reinstellt Hä, hab ich ja ne Lavaimer oder so, was ich machen kann Warte mal Ne, ich kann die nicht da rausholen Ich bin gar nicht auf so einer anderen Insel, ne? Mit so zwei Paluten Echt jetzt? Ja, Mann Warte, ich komm da auch mal hin Lass die töten, okay? Ja, ja Ich bin auch da Warte Du bist auch bei den zwei Paluten? Ja, ha, ha Achtung, der hat die Ich muss weg, ich muss weg Deine Palut portet sich weg Nein, deine Palut ist fast tot, ne? Pass auf, es kommt noch einer auf die Insel, Max, ey Der zieht dich Nein, 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 stopp So, er hat sie bekommen, er lässt die Runde Wait Ah Joi Joi Auf jeden Fall, oh fuck, ich darf ja gar nicht dran ziehen Auf jeden Fall, wie gesagt, nochmal Ohne Alpha, ohne IT Dafür mit Tim Jo, was geht, ich bin immer der Tim Hi Klasse, Kerl Ja, wuss Wir haben wieder in Japan Also, wir spielen wieder mit dem Geist, geht Ich feiere das so Du kannst so viele Leute einfach so geil klatschen Die blicken einfach gar nichts Und du hast auch einen Geist, ne? Die sagt, das Squid Ninja oder so Hä? Oh, warte 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 Und, mein Splash-Strang ist drin Ich bin unsichtbar In the Dream Ich auch Still vorhanden, ne? Pass aber auf, ne? Da ist noch jemanden anderer, der ist auch noch da, ne? Ja, ja, das ist mir bewusen Digga, man kann noch diese Map Der ist jetzt unten Ich feiere das so heftig Echt jetzt? Ein Geist, ein Geist hier Ich hab den Geist, warte Ich glaub, ich hab den Geist runtergekommen Ich weiß es nicht Hä, nein Doch, ich hab ihn runtergekommen Ich hab grad sogar den Geist getötet Ja, der hat mich getötet, der Wichser Warte, ich muss kurz abbiegen Kurz was essen Ey, ich feiere dieses Kind immer noch so Es ist einfach so cool Ich glaub, es macht einfach so heftig Spaß damit Warte, er weiß nicht, dass ich da bin NEIN Als ob der mich grad mit Schneebell getroffen hat Auf jeden Fall Irgendwas wollte ich sagen Dann sagen Ich ja Weiß es aber nicht Schauen Sie bei Team vorbei Danke für 80 Ich weiß das echt nicht mehr, was ich sagen wollte Nicht schlimm, Kerlach Auf jeden Fall Der Typ Das will er Der Typ, der hat auch das geiles Kind Aber der schwitzt auch richtig herum Der kennt ab die Taktik Die ist geil Danke, ich geht Und dann geht ab Warte Da ist ein Tipp Oh Gott, kurz den Stuff rauslooten Stehebeiner Oh, das ist so cool Mit Stehebeiner und Geist, Kid Das ist so cool Das ist so cool Echt schön Oh Gott Jetzt wissen die alle, wo ich bin Ungefähr Muss mich kurz hier verpissen Warte Erstmal wieder weglaufen Der eine Geist ist tot, ne? Aber den noch wegholen Ich bock mich grad mit einem Echt jetzt? Warte Ich hab den Echt jetzt? Den nächsten roter Gaun Hast du den? Ja, bin aber danach gestorben Als ob Weil mich den anderer gejagt hat Die ganze Zeit Weil ich den einen gefickt hab Warte Ich hab den Fass Ich hab den Fass Ich muss den noch kriegen Ich muss den unbedingt noch kriegen Wenn ich den noch bekomme Komm, bitte Bitte, bitte Bleib doch einfach stehen Ey, ist das dein Ernst? Was? Hä? Nein! Warum? Also Leute Bix ist raus Lasst einen Like da Wird's euch gefallen Und schaut bei dir vorbei Bis dann Servus Ciao Ciao Bis zum nächsten Mal.